moin moin liebe leute und herzlich willkommen auf meinem kanal wie ihr seht bin ich wieder mit kettel quads unterwegs und ich habe am letzten mal hier aufhören mit der emission und mal gucken was wir hier machen wenn man das sensor zu machen mal gucken wie ich hier fahr und dieses erste mal sehen und kettel und kopf und sieht schon cool aus das sieht auch richtig aus was ich mache mein körner werden weniger gut also anscheinend läuft alles ich hoffe ihr hört nicht gut die musik ist nicht zu laut passt alles wenn euch irgendwas stört oder die verbesserungsvorschläge habt oder 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 bla 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 schreibt es in die kommentare mit 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 Das sieht schon cool aus, da dürfen die Kanten noch nicht ganz so schön, aber da kommt noch alles, denke ich mal. Na, sieht ja schon alles ganz cool aus hier, es ist einfach ein Hammer-Game, es macht viel Spaß und kriege in Anführungsstrichen nicht genug von. Was war das? Das war jetzt nicht so, dass ich mich nicht so schön hab. Bis zum nächsten Mal. So, geht voran hier. Ach ja, es ist herrliches Arbeiten. Schön suche und muss ja nicht übertreiben. In Ruhe liegt die Kraft. So, geht voran hier. So, ich fahre ein bisschen Schlangenlinien. Aber Schlangenlinien seid ihr ja schon von mir gewohnt. So, fahre ich ja auch bei Schlangenlinien fahre ich ja immer. Auch bei anderen Spielen. Also muss ich das ja hier einhalten. Oh, ganz schön oder sogar. Guck mal, ob ich das wieder mit einer gerade Linie ausgelegt kriege. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht. Mal gucken. Ah, sieht schon besser aus. Immer noch nicht perfekt, aber besser. Übung macht den Meister. Also, lassen wir es liegen. Das ist geil, wie man das alles hier kaputt fährt. Ich finde, das sieht so Hammer aus mit dem dynamischen Boden und dass er sich wirklich immer tiefer gräbt, dass du da durchfährst und sowas. Ja, wie man das hier kaputt fährt. Achja, machen wir mal die schöne Mission hier, für 70%. Aber wie meinen Helfer einstellt, habe ich immer noch nicht herausgefunden. Aber ich habe ein bisschen das Internet durchforscht. Ich habe ein paar schöne Mods gefunden für dieses Spiel, zeige ich euch nachher im Shop. Ich habe da so ein paar Gewichte, einen Schwader und sowas alles, dass ich ein bisschen mir die Arbeit erleichtern kann, wenn man so ein Ding hat. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man so ein paar Geräte oder ein paar Maschinen über Mods reinholen kann. Es gibt zwar natürliche Kettle im Korb, sondern nicht ganz so viele. Ich habe natürlich gehofft, dass ich einen anderen Trecker finde. Aber ich muss mich glaube ich mit dem Glas abfinden. Aber sagen wir mal, es gibt Schlimmeres und dem her kann ich mir auch vorstellen, dass ich mich damit abfinden kann. Musik 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 Achjaa Die 70% Blöcherde Jippie Wenn ich die ganze Arbeitsbreite nutzen würde, wäre ich glaube ich auch schneller. Aber vom Verbrauch her, auch von der Saat, ist eigentlich auch recht humane Verlegung ganz gut gemacht. Weil die Sehmaschinen nicht ganz so groß sind. Aber beim LS sind die ja auch nicht so extrem für Mais und sowas. Vielleicht kommen hier ja noch einige dazu und sowas. Würde mich auf alle Fälle freuen, wenn da noch so ein paar bekannte Marken kommen an Sehmaschinen. Würde ich ganz cool finden, die auch im LS sag ich jetzt mal drin sind oder so. Ich finde das eigentlich ganz cool gemacht, alles das gefällt mir. Ich kann da es eigentlich nicht oft genug erwähnen, wie gut ich das Spiel finde. Ich will euch jetzt nicht vom Kaufüber reden oder sonst irgendwas. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ob er das Geld für eine Early Access Version ausgeben will. Oder warten will, bis wirklich Release ist. Oder ob er wirklich die Programmierer oder sowas unterstützen will. In dem Sinne. Und ich finde zum Unterstützen alles gut. Wirklich perfekt. Man sollte auch die kleinen Modder auch die New Maps erstellen oder sowas. nie von Fremdseiten irgendwie runterladen. Immer von den Seiten, wo die offiziell hochgeladen worden sind von den Moddern. Man sollte sich wirklich daran halten. Weil die Modder, die Entwickler, die stecken da wirklich viel Zeit und Kraft in einige Spiele. Da sollte man wirklich schon achten. Der Übersprung war ja mal scheiße. Da wie man jetzt sieht, ich fahre jetzt ein paar Mal hin und her. Und er sackt immer tiefer ein. Das finde ich geil. Ich weiß nur nicht, ob man sich hier auch festfahren kann. Der ist schon klein gemacht. Alles straf. Ich werde mich jetzt nicht wieder anz slaves. Ich wollte dich nicht so ein Eiweller, ich sagst einmal nicht lange. Ich werd auch gerne probieren. N en För chat und hab Angst gesengstürzt. Ich able, dass er mit anderen an pressurel, kann ich auch backern. Aber trotzdem sind ja embed altar, weil ich потрAG kein listedet haben Ich werde überいやltäter im Graimal sein. Aber es sieht ja einigermaßen jetzt wieder gerade aus, die Schlangenlinien habe ich fast raus, also das ist ja schon mal viel wert. Und ja, wir holen mal das Feld hier fertig, wollen wir mal gucken, was wir jetzt nächstes machen. Gleich kommt eh fliegen sie 100% und, ne, sehen sie 100%. Ich muss immer Geld machen. Mal immer ein bisschen Geld verdienen. So, Mission complete. Feld 13 soll ich jetzt machen. Wenn you in your mind run so fast as it can go time will catch you before you know. Musik Mal gucken, wie das so alles wird noch Affel 13 ist das Bereite ich bestimmt jetzt alle Felder vor für die Mais-Ernte Wo der Grandios auch gerade Beilbar ist oder wie auch immer Mal gucken, wie das so läuft Musik 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 Ja, ja, liebe Zuschauer. Ein Vorteil hat das Feld, da sind nicht so viele Bäume im Weg. Ich weiß auch gar nicht, ob der Grandios jetzt hier eigentlich schon mal Holz ausprobiert hat oder überholt Holz gemacht hat, weil das ist ja sein Steckenpferd. So liebe Zuschauer, ich ziehe die Bahn noch zu Ende und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da ab, wenn ihr neu seid, droppt ein Abo rein. Ich versuche wirklich täglich jetzt zwei Videos hochzuladen, ob nun Kettle & Quops, LS oder ETS, aber nur wenn ich wirklich die Zeit habe. Und nagel mich natürlich nicht darauf fest, wenn mal kein Video kommt. Man muss immer noch dran denken, es ist für mir ein Hobby. Und mehr ist es nicht für mich. Es ist ein Hobby und ich teile es gerne mit euch. Und daher wünsche ich euch allen einen schönen Tag und bis dahin. Ciao, ciao.